Yo, was geht, Leute? Yeah! Wieder anfängt! Okay, der hat schon begrüßt. Der begrüßt noch. Es ist ein Reflex! Lasst mich in Ruhe, die Zuschauer können vielleicht nicht hören. Okay, wir sind endlich zurück mit Black Ops 3 und mit dem neuen DLC Setsubo no Shima. Und das ist... Wann? Vor wieviel Tagen ist es rausgekommen? Vor 3 Tagen? Am Mittwoch. Wir haben jetzt Samstag, den 22. Am Dienstag, dem 19. ist er rausgekommen. Fertig. Genau. Am Mittwoch sollte unser Internet da sein, aber ist es nicht. Es kann ein Jahr her sein, wenn er diese Videos sieht. Möglicherweise. Kommt auf Can an. Wenn er nicht so blöd ist, um uns hochzufahren. Was hat das damit zu tun? Also wir haben 2016. Sicher ist sicher. Und wir haben April. April 2016. Das sollten wir in den Videos einfügen. Weißt du das? Ja. Okay. Ja, erklär warum du mit Can's Account spielst. Ja, ich spiel mit Can's Account, weil wir bei Can sind. Und das ist... Das ist der Grund... Also der Grund dafür ist, dass wir bei uns kein Internet zur Zeit haben. In Klammern kein Geld. Auch nicht. Ja. Okay, fangen wir mal erstmal an mit dem... Und deswegen will ich diesen Vogel erdrosseln. Bitte tu's. Vogel erdrossel. Ja. Ihr habt kein Internet, weil ihr gerade ein Problem habt. Ja. Weil euer Anbieter gerade ein paar Probleme macht. Unsere Anbieter sind scheiße. Und wie. Und wir spielen gerade die meisten. Keine Namen. Und keine Firma. Wer das auch wisst, die wissen schon, wie wir meinen. Hoffentlich. Hoffentlich. Ich glaub nicht. Die kennen sich nicht. Die kennen sich nicht. Die kennen sich nicht. Ja, die kennen sich nicht. Und du hast deine Idee. Auf jeden Fall, wir haben diese... Die jetzt hier noch gar nicht gestartet. Warte, wir wissen gar nichts. Ja. Hast du einen Schummel? Was? Hast du einen Schummel? Nein. Hast du einen Schummel gemacht? Diesmal nicht. Warte, was ist hier? Oh mein Gott, schwimm! Oh. Ich würde verriegst nicht, wenn du das Wasser langweißt. Ah! Da schreit er sofort. Wir sind im Dschungel! Dicke! 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 Spielt mal J-Stars Victory. Dann sagt Madara beim Springen echt eiskalt ab und zu. Dicke! 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 Für Instant Gaming machen wir Werbung, aber wir dürfen nicht sagen, dass Madara dicker sei. Oh, Flugzeug! Da ist was runtergefallen! Oh, ich hab die Türgümer auch gemacht. Ich hab den Schritt bezahlt. Ja, hast du. Fuck! Ich dachte, das Zeug, was ich aufgehoben habe, macht das auf. Was habe ich denn aufgehoben, bitte? Dicke! Dicke! Zombies! Ich hab keine Zombies! Ich hab keine Munition! Tauschen wir! Du gibst mir Munition, wenn du das packst, dann gebe ich dir 5 Dollar. 5 Dollar? Warum Dollar? Weil es weniger als Euro ist! Du hast irgendwas aufgehoben. Was hab ich aufgehoben? Ich hab nichts aufgehoben! Ich will... Bitteschön! Oh, danke! Gib mir jetzt 5 Dollar! Wir müssen das Test-Zugjekt finden und dieser Reise ein Ende bereiten. Denk daran, bald werden wir vergessen. So, gehen wir mal nicht daran. Wir wissen genau, was du mit ein Ende bereiten meinst. Er weiß, was er mit ein Ende... was? Ah! 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 Hilfe! 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 Los weiter! Ich mag ein Becker werden! Ist das denn eine gute Waffe? Was? Es gab's doch nicht mit dem Waffe! Alter, hier ist dunkel, ich sehe nichts! Achso, das geht nicht von mir. Oh! Oh! Also ich hab bis jetzt noch keinen richtigen Camp... äh, Campplatz gefunden. Fuck it! Was ist das? Ich hab'n Herz! Ich hab'n Herz! Ich hab'n Herz! Hatt' ich vorher nicht! Das glaub' ich sogar! Aufs Wort! Ich drück' jetzt überall wo's läuft, das Viereck, um zu sehen, ob da irgendwas getriggert wird! Okay, radioaktiv... was ist das denn? Blaues Wasser... Ich stelle da rein! Aufheben! Irgendwas! Man kann hier gar nichts aufheben, was ist das für'n Spiel? Ohne Ahnung... Ich weiß nicht... Wir müssen erst den Strom anschalten! Okay, wo ist dieses dämliche Symbol, das ist immer zum Strom zeigt! Du musst Strom anschalten, obwohl da überall Licht ist! Ich schwör' dir! Ich schwör' euch nichts sagen, aber... ...bisschen... 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 ...aber das könnte doch Feuer sein! Feufeu! Ähm, nein, das ist irgendwie... Boah, ist schon hier lang! Oh! Das würde ich meinen Zufall! Ja! Ja, das ist wahr! Warte! Guck in den Himmel! Wo ist die Kiste? Aha, wie groß ist das? Wow! Ich hab' irgendwas Giftiges rausgepustet! Das riecht so, wie Nicola aussieht! Rausgepustet! Du hast doch was rausgepustet, bitte! Ich hab's aufgeschlafen! Ich hab's aufgeschlafen! So macht er sein Tank-Dampsel! Doppelte Punkte! Es ist wie so oft... ...der Genie... ...lockt immer neue Gönner an! Boah, ich bin oben! Hahahaha! Wie sich das gerade angehört hat! Ähm, Munition! Was? Hilfe! Der hat mich doch nicht mal berührt! Ich hab' irgendwas aufgedammelt! Ach, du bist auf dem Boden? Ja, ich bin auf dem Boden! Sie winden sich wie Würmen! Bitteschön! Eine Lupe in der Sonne! Hast du von irgendwo... ...Waffe gefunden? Ja, also Kuda! Wo? Fast nicht... Hier ist die doch! Hier! Ich... Guck mir das Scheiße nicht an! Ich bete nur, dass es irgendwann mit... ...ins Auge springt! Hab' ich alles schon erlebt! Die leuchten! Wie... ...ins Auge springen! Sollte sie noch! Es ist dunkel, wo ich gerade bin! Ah, die Hauser... Fuck! Wir sollten die Energieversorgung zumindest teilweise wiederherstellen können! Fuck die Shit! Ich bin so schlecht! Hier ist irgendwas Wichtiges! Okay, ich hab... Für irgendwas ist das gut! Was? Wo bin ich? Keine Ahnung, wo war er? Ich hab keine Ahnung! Fuck! Es ist dunkel, ich hab Angst! Ich schieß voll daneben! Mit Splisschen kann ich... Ey, das ist wirklich voll dunkel! Oh mein Gott, wir haben... Oh mein Gott, wir haben... Gott sei Dank, ich hab die Tür aufgemacht! Ich hab welche in Mut! Und das ist nicht schlimm, oder? Ähm... Darf ich... PUMOS! Darf ich unfair sein? Wieso? Ich hab den Trailer gesehen! Hallo? Samenplatzchen! Oh mein Gott, wir haben Samen aufgehoben! Samen... Jungs Das war kein Spoiler Ok, mein Bruder Spoiler ist nicht Aber leider Ihr seid Drogenmiese Wichser Oh mein Gott Mach auf Nein Was hab ich geerntet? Oh mein Gott Halleluja Die gut gemacht Shiva Oh mein Gott Nein Ist das eine Falle oder Muss ich das denn da bestimmt reinfolgen Abstechen oder was abstechen Bowie Knife Ah Ach warum Heute scheine ich nicht zu sterben Das gefällt mir Ich seh nichts Aber da sind voll viele Samen Und deine Samen Ich hol mir einen Samen Fuck it Hör auf du Um zu sabbern du Flechsack Ich hab eine schon aufgehoben deswegen Ja aber du kannst keine Samen mehr trennen Fuck Alter wie wüsst du Ich bin hier im dunklen Ort Ich versuche ins Licht zu laufen Geh zum Licht Ich laufe ins Licht Aber das Licht verfüngt mich irgendwie Ich bete das hinter mir niemand ist Am Boden nützt du mir gar nichts Wärst wenn du Ein Leben lässt du Faust Ich will noch weitere Türen finden Was Nenn es doch beim Namen Recht offen Ja Samen Was Ja die Runde Runde Spinnrunde Spinnrunde Aus deinem Hintern kommt kein Netz mehr Du Spinnenschrick Nein 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 ich hasse Spinn Ich mag Spinn Ich mag Spinn Cool Nicht wenn sie versuchen dir ins Gesicht zu springen Die springen einen ins Gesicht Nein Ich töte die niemals bevor sie so nah kommen Was musst du nochmal warten Dann warte Kann es sein dass ich in der Nähe dieses Zett Maximale Munition All diese Munition muss doch irgendwo produziert werden oder Okay dann gehen wir Oh hier ist Stamina Bruder was hast du für mich Was hast du für mich Was hast du für mich Granate du Wichser Was du erntest was du siehst Aber ich hab einen Samen eingepflanzt Und hab ne Granate bekommen die mich umbringen will Was bekomme ich hier wohne Wieviel kostet das Schalt die Kiste Wo Ich blute Ich brauch meinen Arzt Ach he Ich bin ja Arzt Hier ist ein Propeller Er braucht schon Punkte Er braucht schon Punkte Fuuuuck Alter du bist so scheiße Alter du bist so scheiße Ich bin ja Und Ich bin ja Ja Ich bin ja Ich bin ja Ich bin ja Vielen Dank.